so leute es geht weiter mit tour de fonds 2017 und der tour mit astana und ich habe mit fabio aru das gelbe trikot erobert und ja eine sekunde vorsprung auf chris froome ist vielleicht ein bisschen wenig aber immerhin erst beim gelben trikot und die möglichkeit weiter auszubauen so regenerieren ja aber auch sieht es ganz gut aus fugelsang beim rest naja gut so jetzt haben wir die ja jetzt kommt die kurze pyrenäen etappe 100 kilometer das heißt was jetzt natürlich unser team oder mein team darauf zukommt ist dass ich uns arbeit leisten muss mal schauen ok daniel martin valverde uran sind die favoriten bei dieser etappe so genau und grüner fall machen sie zeit auf folgende favoriten gut frum und dumm oder zeit gut machen wird er ein bisschen knapp aber ich bin auch noch hervorragenden form meine anderen fahrer sind gar nicht so könnte sein dass es wie bei der tour dieses jahr ist dass ich mit augenrufe auf mich allein gestellt bin ja mal gucken schützen tut jetzt ja wer denn louis leon sanchez lobis schützt fugelsang so dann fahren wir mal ausreise können erstmal weglassen von mir aus irgendwelche so gut heute das zeit von beziehungsweise wenn die folge veröffentlicht wird ist das zeit von schon vorbei deswegen werde ich jetzt über die diese regierung nicht mehr reden außer dass ich glaube dass von wahrscheinlich gewonnen hat und man kann ja schon mal einen ausblick auf die nächste tour wagen gut ist ziemlich hart frum ist irgendwie in der zurückgefallen aber der wird gleich wieder ankommen so dass wir hier dann doch mal fahren tempo ist relativ hoch hat der puma hat jetzt probleme das ist ein richtig krasses tempo so ja man hat ja gesagt ein ausblick auf die nächste tour ja da gibt es so viele fahrer genau einer wo an den kommentaren wurde auch erwähnt bob jungels ihn hatte ich auch schon gedacht ist für die kommenden jahre auch und kandidat für die top 10 auf jeden fall also es gibt so viele fahrer die kandidaten sind ich bin gespannt wer von denen dann aus sticht auf jeden fall nächstes jahr auf jeden fall nach oben natürlich der topfavorit aber vermutlich auch fahrer wie kentana wieder vielleicht ein tom dummer lang weil der ist auch noch relativ jung man weiß nicht und emmanuel buchmann ist durchaus auch einer also vielleicht nicht als topfavorit aber für die top 10 dieses jahr war ja eigentlich nur als helfer bei der tor dabei deswegen habe ich mal gelesen haben sie gesagt dass eine form für die für das kriterium die dauphine aufgebaut wurde und er da seinen formhöhepunkt hatte aber kommt ja gut hin da hat er mit dem favoriten mitgehalten gut die waren vielleicht noch nicht ganz in topform ups aber trotzdem musste dann trotzdem erstmal mit denen mithalten er hat mit port, er hat mit allen da mitgehalten und ja das musste da auch erstmal schaffen das heißt top 10 ist bestimmt drin ja und dann die anderen wie jetzt meinte es wird auch noch stärker werden geht von aus ein roh glitch der wird wenn er sich gut entwickelt auch ein richtiges würdchen mitreden ja das wird hochinteressant die nächsten jahre oder schon nächstes jahr wahrscheinlich Tempo ist zu so ne jetzt kann ich nochmal hier was machen ich werde ein großartiger auf dem Relay ich werde ein großartiger auf dem Relay ich werde ein großartiger auf dem Relay jetzt machen wir mal hier ordentlich Tempo mal gucken wer da mithalten kann ich bin ja schon gespannt wer dieses Jahr bei der Spanienrundfahrt mitfahren wird jetzt hat jetzt hat Vogelsang dann wohl aber ich werde es das ist das ist So, mal gucken. Alle Favoriten da. Junge, das kriegt jetzt Probleme. Ja, und auch ein Roman Bardet nächstes Jahr. Ein Uran. Also, gut, die Frage wird sein, alle verletzungsfrei und wie ist die Form und so weiter. Das ist ja alles noch nicht ganz so gesagt, dass dann wirklich alle dabei sind. Aber wenn man sieht, wie viele Fahrer es da gibt, die da in die Top Ten oder sogar Favoriten sind, dann wird das schon hochinteressant. Aber genau, Spanienrundfahrt, mal sehen wir da, weil es Geider mitfährt. Weil es ist ja schon ein paar Mal Froome mitgefahren. Es könnte durchaus sein, dass Froome tatsächlich mitfährt. Und auch die Spanienrundfahrt gewinnen will. Aber auch ein Jaron Thomas, der ja beim Giro schon Pech hatte, bei der Tour wieder Pech hatte. Könnte durchaus möglich sein, dass Sky auf Jaron Thomas setzt. Oder vielleicht, naja, Miquel Landa ist, glaube ich, die Giro schon gefahren. Dann werden sie ja auch nicht auf Miquel Landa setzen. So, jetzt geht hier der Anstieg los und die greifen schon an. Da muss ich natürlich mit. Quintana. So, hier vorne ran. Wer ist da Uran wahrscheinlich, oder? Weil Werde und Uran. Okay, gobezüriert zusammen. Ja, es ist... So, ich bleibe erst mal an, Fum sein Hinterrad. Jetzt ist weggefahren, aber gut, das juckt mich jetzt erst mal gar nicht so sehr. Wenn es jetzt gleich steil wird, werde ich jetzt auch angreifen. Genau, und zwar jetzt. So, mal gucken, geht's da jetzt einen Sekunden hinter mir? Wie weit ist es noch? Noch zwei Kilometer. Fum fällt zurück. Jetzt fällt jetzt zurück und noch noch Ritchie Port. Ja, da kann man noch ein bisschen anziehen. Noch haben wir genug. Ein kleines bisschen können wir noch überlassen. Okay, jetzt kann man hier ein bisschen rausnehmen. Einen guten Vorsprung. 1.30 vor Gruppe Dumoulin. Fum ist jetzt schon zwei Minuten zurück. Das ist schon krass. Also so stark habe ich jetzt Aro nicht gemacht, dass er jetzt mit Abstand der stärkste am Berg ist. Der hat die gleichen Werte wie andere. Wahrscheinlich macht die Fum doch einiges aus. Also ich habe ihn hier nicht übermenschlich stark am Berg gemacht, das habe ich nicht. So, Astonberg. Zwei Minuten vor Bauer D. So, jetzt geht es endlich mal ein bisschen runter, aber noch nicht so richtig. So, jetzt stellen wir auf die steileren Stücke in der Abfahrt. Badeu, Port, Yates. Also das ist... Puh. Die Abstände sind ja fast schon exorbitant. Soll vielleicht nicht so oft auf die Zeiten gucken, sondern auch mal auf die Strecke. Jetzt hatte ich einen kurzen Necker, da habe ich es gleich. Aber jetzt sind es jetzt über 7%. Ups, jetzt habe ich ja auf Bremsen gedrückt durch den Esel, ey. Meine Fresse. Können wir hier ein bisschen Energie sparen, nur von 2 Minuten Badeu, das ist ein guter Abstand. Das ist ein guter Abstand. So, jetzt sind wir hier fast unten, noch 10 Kilometer, 2 Minuten vor Badeu, Port, Yates, Dumoulin, Uran, Frum 3,20. So, jetzt fahren wir so, dass ich jetzt nicht zu viel Zeit verliere. Aber auch nicht zu viel Energie verliere. Aber auch nicht zu viel Energie vergeude. Ein bisschen schneller können wir schon. Ein bisschen schneller können wir schon. Das macht nichts. Äh, Fugelsang hätte ich vielleicht mal Dings geben sollen, nicht beim Blade. Mann. So, dann gehen wir die letzten paar Meter nochmal alles, dann können wir noch ein bisschen Zeit gut machen. Badeu 1,40. Genau. So, naja. Wir haben es gleich geschafft. Letzte Kilometer. Sieg. Und mit was für einem Vorsprung? Also, wenn ich wirklich 2 Minuten Vorsprung jetzt habe, also dann, das kann ich mir eigentlich gar nicht mehr entgehen lassen. Ich brauche ja eigentlich nur noch mitfahren jetzt mit Fuhm, oder der der Zweiter ist. Eigentlich kann mir dann nicht mehr viel passieren. Er zufrieden hat, in zu vermeiden, die heute gewinnen. Hier ist der Gewinner der Sanchilo-Roc-Stage, Fabio Alou. Etappensieg. So, naja, gut, das brauchen wir uns nicht angucken. Allein Trophäe halten, okay. Speichern auf jeden Fall. So, 2,23 vor Bardi, 2,34 vor Porta, Yates, Dumoulin, Quintana, Uran, Froome hat 43 verloren. Fuh gesungen. Boah, die Abstände sind schon gewaltig. Richtig gewaltig. Sind welche aus dem Zeitding? Ja, tatsächlich. Greibel, Kevin, Dich, Christoph, Nikias Arndt. WTF, ich bin viel zu schnell gefahren. 148 Fahrer noch drin bei der Tor. Krass, krass, krass. So, 3 Minuten bin ich jetzt vor Bardi. 3,44 schon vor Foum. 3,50, Dumoulin. Ja, also, pff. Keine Ahnung, wer mir da noch den Sieg der Gesamtwertung nehmen kann. Das war mal eine Etappe, die es in sich hatte. Für mich. Für die anderen ja im negativen Sinn. Gut, okay. Das lief, ähm, ja, wieder erwartend extrem gut für mich. Insofern freue ich mich schon auf die nächste Etappe. Bis dahin. Tschüss.